Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Frisch aus der Spätschicht möchte ich euch noch eben schnell die zweite Quest von Apex Legends in Season 5 zeigen. Ich starte sie wieder solo, in der Hoffnung, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist. Ich hoffe natürlich, dass es auch diesmal ein bisschen schneller geht. Ich nehme wieder den Pathfinder. Bin gespannt, was auf uns zukommt. Das Loadout ist auch etwas anders. Und vor allen Dingen bin ich natürlich wieder auf eure Meinung gespannt. Also lasst euch wie immer in den Kommentaren aus. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Ich habe übrigens gehört, dass heute zum Start 19 Uhr die Server wieder eine Macke hatten. Gebt mir mal ein Feedback, ob das bei euch genauso war. Ich musste wieder arbeiten, konnte leider wie letzte Woche schon nicht in die Quest rein streamen oder es euch vorab schon zeigen. So, na dann. Okay, da wird schon geballert. Ach du dickes Ei, das ist jetzt nicht unbedingt meine Waffe. Oh, nee. Ich muss das Teil sehen. Versteckspiele machen Spaß, solange man nicht dabei schritt. Aus komme ich hier noch nicht. Okay, interessant. Was ist denn das da? Oh, was ist hier los? Ja, das ist doch schon eher meine Waffe. Ich gehe mal davon aus, dass ich da lang muss. Oh, was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier los? Oh, schön. Weg mit der Triple-Tag. Oh, jetzt ist sie tot. Na, spitzenmäßig. Fuck. Das sollte passen. Oh, ich muss mich erschrocken. Also, es ist tatsächlich schwerer. Na, das gefällt mir doch. Oh, na interessant. Ich muss schon mal hin. Ah, ich bin noch nicht ganz durch hier. Okay. Irgendwie unter mir. Ah, ja. Ach, da steht es auch links. Drei von vier Schalter. Oder zwei von drei so rum. Alter, ganz schön laut. Oh, eine goldene Spitfire. Ich flipp aus. Na, das ist ja interessant. Keine Muni verschwenden. Wer weiß, was kommt. Bist du des Wahnsinns? Oh, das ist ja interessant. 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 Das macht auf jeden Fall mehr Bock. Puh, das wird aber auch interessant, meine Freunde. Meine Fresse, na das ist doch mal deutlich schwerer als die erste Quest. Okay, Ladies and Gentlemen, das war die zweite Quest. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Jetzt schauen wir mal noch, was hier kommt, ob hier noch irgendwas Tolles passiert. Lasst die Video auf jeden Fall verabschauen, meinen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und ich habe einen schwarzen Bildschirm, der nicht weggeht. Das ist auch toll. Na okay, dann kann ich euch jetzt hier an der Stelle wohl leider nicht mehr zeigen. Oh, doch jetzt, jetzt kommt der Ladebildschirm. Also wir schauen noch, was kommt. Ich bin auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Die zweite Quest war auf jeden Fall deutlich, deutlich schwerer. Ist sicherlich ausbaufähig. Ich habe mich gerade ein bisschen bescheiden angestellt. Darum sollte es in dem Video auch nicht gehen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.